Hallo zusammen, wir haben hier ein neues Gerät, das ist ein Schulterheber. Es ist einmal ein Besonderes Gerät, das an der Wand ist, nicht wie die klassischen Schulterheber. Ich kann dort tipptopp meine Schulter trainieren und würde jetzt gerne mal zeigen, wie das geht. Es lohnt mich wunderbar meine seitliche Schultermuskulatur. Durch das, dass die Griffen ein bisschen spiel haben, kann man die Position verändern. Ich kann einmal zurückkommen, so bin ich ein bisschen in der Hinterschultermuskulatur. Ich habe in eure Einarmung gearbeitet. Wir wünschen gute Trainings mit diesem Schulterheber.